Ich bin völlig beeindruckt, wie viele grüne Menschen heute da sind. Ich stehe jetzt hier schon seit einer Viertelstunde ins Rasenrad und ich sehe fast immer nur grüne Fahnen, viele grüne Menschen, vielleicht nur ein paar andere, aber eigentlich kommt ja der große grüne Block noch. Es ist wirklich schwer beeindruckt und es müsste eigentlich reichen, so eine Menschenmasse, das Schwarz-Gelb mitgebracht.